Herzlich Willkommen zu unserer Mountainbiketour rund um den Vilan. Die Tour startet im schönen Ort Jemins und schon in der Ortschaft beginnt der Abhil, der erst 1400 Höhenmeter weiter oben auf der Kammhöhe enden wird. Schon während des Abhills hat man immer wieder tolle Blicke über das Rheintal. Ab der Kammhöhe eröffnet sich dann der Blick in Richtung des dahinter gelegene Montaphons mit Schäserplaner, Sulz und Husenfluch und auf die drei Türme. Ab der Kammhöhe geht es durch eine idyllische Berglandschaft mit Almen und Alpen bergab. Den ersten Teil des Downhills fährt man auf einer geschotterten Forststraße, danach gelangt man auf einen anspruchsvollen Wanderweg der Schwierigkeit des 1 bis S2. Der überwiegende Teil ist fahrbar, in manchen Stellen muss das gerade über schlecht passierbare Stege oder Wasserstellen geschoben werden. Nach dem Wanderweg gelangt man nochmal auf eine geschotterte Forststraße und ab der Ortschaft Seewies hat man die Wahl zwischen Wanderweg und Asphaltstraße bis ins Tal. Im Gesamten eine sehr anstrengende und anspruchsvolle, aber auch durchaus empfehlenswerte Mountainbike Tour. Viel Spaß bei den Bildern oder beim Nachfahren. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.